Hallo Leute und willkommen bei diesem Video. Heute ist es der zweite Teil von meinem PL Lampen Video über die PL Lampen hier. Heute geht es noch um meine andere UV Lampe mit 7 Watt von Heisner. Hier steht noch 7 Watt UVC nicht wegschmeißen und CE. Hier eine 7 Watt aus dem Dulux S, 7 Watt Made in Italy. Und noch eine ganz kleine 5 Watt aus dem Dulux S, auch Made in Italy. Mit allen Symbolen. Hier habe ich wieder meine Lampe. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie braucht die ein bisschen bis sie startet. Hier sind wie gesagt alle warm weiß. Bis auf die eine PL Lampe hier von Philips. Die ist auch schön. Und jetzt kommt noch die andere UVC Lampe. Die ist schon ziemlich benutzt. Und auch von Heisner. Das blaue Licht ist ziemlich schön. Aber auch leider gefährlich für die Augen. Deswegen mache ich auch jetzt wieder aus. Und das war es für meine PL Lampen. Und das war es für meine PL Lampen. Oder ich sage ihn. Und das war es für meine PLL. Oder ich sage es dir. Ach, das dauert mich. Und jetzt gibt es noch die Luftgeist des Bessons. Vielen Dank.